Der neue Honda CR-V ist genau das richtige Mittel, um Ihre Abenteuerlust zu wecken. Geräumig, robust und überaus angenehm zu fahren. Ein echter Energieschub, der Sie dazu motiviert, neue Wege zu gehen. Nicht vergessen, den neuen Honda CR-V mit Zwei- oder Vierradantrieb gibt's ab sofort bei Ihrer Honda Garage Alfred Wegmann in Hegnau-Volketswil. Ab 29.900 Franken. Kommen Sie am 9. und 10. November an unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich selbst. Am Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Salut, ich bin Nicolas, bin Kandidat bei Teenie Contest 2012 und ihr schaut Teen Edition. Ich begrüsse dich zu der 56. Teen Edition. Schulden fallen bei Jugendlichen. Ein immer grösses Problem. Doch warum machen die Jugendlichen Schulden? Und wie kommt man überhaupt wieder aus den Schuldenfallen raus? Besser gesagt, wie kann man es verhindern, dass man überhaupt Schulden macht? Money, 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 must be funny in the rich man's world. Es gibt nicht viele Schweizer Studien zum Thema Jugendverschuldung. Es gibt jedoch eine Studie von der Fachhochschule Nordwestschweiz, die in der Stadt Basel durchgeführt worden ist. Die Studie hat gezeigt, dass fast jeder Dritte von den 16- bis 21-jährigen Schülern Schulden hat. Und jeder 50. hat sogar mehr als 2000 Franken Schulden. Gut ein Drittel von allen Gymischülern tut sich mehr als einmal im Monat Geld auslehnen. Doch für was geben die jungen Leute am meisten Geld aus? Für Ausgang, Essen und so. Normalerweise vielleicht für Kino oder so, aber Klamotten und alles zahlen meine Eltern. Ja, meistens so Ausgang oder so. Und dann einfach dort zum Party gehen und Eintritt. Essen und Kleider. Und Zigaretten. Ähm, ja, halt in der Schule, so für die Minza und so, dort halt Essen. Für Ausgang und Alkohol. Fürs Kino. Kleider und Musik. Denken für Ausgang und Kleider wahrscheinlich. Ja, Essen, Kleider, sportliche Sachen. Vermutlich Ausgang. Schuhe. Schuhe. Wie man sieht, verschleudert die Jugendlichen ihr Geld in erster Linie im Ausgang. Wenn man zu viel ausgeht und merkt, dass man verschuldet ist, kann man sich an verschiedene Stellen wenden, die einem weiterhelfen. Eine davon ist Pro Juventute. Sie machen Prävention in Schulen und beraten Jugendliche über die kostenlose Telefonnummer 147. Das ist tatsächlich so, dass die Jugend ein ganz interessanter Zielmarkt für Konsumartikelproduzenten ist. Die Schüler geben im Jahr 2 Milliarden Franken aus. Nur in der Schweiz für Konsumartikel. Das ist enorm. Und tatsächlich ist die Art und Weise, Jugendliche beworben werden, sehr aggressiv. Und das wird noch aggressiver werden. Wir haben von jungen Leuten wollen wissen, wie viele Schulden sie haben. Wenn ich mir zum Beispiel mal eine Wassermelonne kaufe, so 3 Franken oder so. Aber das zahle ich dann meistens zurück, wenn ich in einem Döner kaufe oder so. Aber sonst so Schulden, so Kreditkarten nicht. Konzerttickets, wo ich ihnen noch schuldig bin. Schulden von jemandem 4 Franken, aber ich weiss mit wem. Äh, 180 Franken bei meiner Mutter und 7 Franken bei einem Kollegen. Bei den Eltern habe ich mein Leben lang Schulden. Sonst bin ich niemandem. Ja, schon meine Freunde bei einem, glaube ich so, 200-300 Franken, der will es einfach nicht zurückhaben. Ich habe keine Schulden. Nein, ich habe keine Schulden. Gar keine. Doch auf was kann man achten, damit das Geld bis Ende Monat reicht? Das Wichtige ist, dass man, unabhängig wie viel man hat, versucht eine Lösung zu finden, mit dem Geld, das man hat, das man zur Verfügung hat, ob das viel oder wenig ist, richtig umzugehen. Das heisst, zu entscheiden, was brauche ich gerade im Moment, was ist wichtig, auf was muss ich sparen, was ist vielleicht nicht gerade nötig. Das Geld, das die jungen Leute ausgelehnt haben, geben sie für die verschiedensten Sachen aus. Getränke, meistens nur Getränke. Wir waren in der Ferie am Zelten und ich habe das Zelt noch nicht gezahlt. Also, der Zeltplatz, muss ich noch zahlen. Neue Winterschuhe, weil der Schnee angekommen ist, nachher fand ich wirklich Schuhe. Ich kann nicht den ganzen Winter auf meinen kleinen Turnschuhen rumlaufen. Und dann haben wir gerade gesehen und ich habe gerade nicht mehr genug Geld gehabt. 180 Franken, weil ich das Flugzeug verpasst habe und musste umbuchen und 7 Franken für das Mittagessen. Was macht man aber, wenn man zu viel Geld ausgegeben hat und merkt, dass man verschuldet ist? Viele machen den Fehler, dass sie nicht trauen, sich mit jemandem zu unterhalten, dass sie sich schämen z.B. Und dann versuchen, von einem Kollegen Geld zu leihen und so in einen Tiefelskreis zu nehmen. Wenn sie zu uns kommen, dann bestätigen wir ihnen, super, dass du uns anrufst und dann versuchen wir eine Lösung. Wenn man aber Schulden wegen einer Spielsucht oder einem Drogenproblem hat, tut man am besten das eigentliche Problem bei den Wurzeln packen und sich dann um die Finanzen kümmern. Es gibt für jede Situation im Leben Lösungen, auch wenn man verschuldet ist. Er ist Grammol 15 und ist dabei, das erste Virtual Reality Game, das in Winterthur stattfindet, zu programmieren. Wie er das Ganze angeht und was man alles mit dieser App anstellen kann, erfahrt du gerade vom Macher persönlich. Eine Studie hat gezeigt, dass die Freizeitbeschäftigung Nummer 1 von Jugendlichen die Smartphone-Benutzung ist. Darum hat sich die Jugendin von Winterthur überlegt, wie sie Unterhaltung mit Informationen kombinieren kann. Dafür haben sie beschlossen, eine App zu entwickeln, die es einem ermöglicht, virtuell und gleichzeitig real als Gameverpackt durch Winterthur zu laufen. Und das Ganze selbstverständlich auf dem Smartphone. Doch zuerst erklärt uns die Priska Zimmermann, wie die ganze Idee entstanden ist. Hier in der Stadtbibliothek Winterthur im U21 haben sich Arthur und ich zuerst einmal getroffen. Und da ist die Idee entstanden, dass man von den Informationen von der Jugendinfo eine App machen könnte. Und Arthur hat gesagt, er könnte das und würde mir dabei helfen. Und so ist das Projekt hier im U21 entstanden, wo sonst analog die Informationsflyer sind von der Jugendinfo. Verwirklichen soll das Ganze Arthur Stenzke, Praktikant beim Verein Tatenträger. Für die technische Umsetzung wird Arthur von Raphael Freuler unterstützt und gecoacht. Vor seinem Büro im Hub Zürich erklärt uns Arthur, was die Idee von diesem App ist. Es ist wie eine Art Neuespielmethode. Neuespielart. Man hängt es zuhause und löst Aufgaben, man wird umgeleitet, man findet Rätsel, man löst Rätsel. Zum genaueren Verständnis des Spiels haben wir Arthur gebetet, uns ein paar Locations in Winterthur zu zeigen, wo nachher auch die Handlung des Spiels stattfinden wird. In diesem Spiel ist das Spielfeld unsere reale Welt, unser Winterthur. Wir suchen nach einem Meinti namens Esmeralda. Esmeralda ist verschwunden. Überall im Winterthur hat sich Spuren und Hinwiss hinterlassen. Schauen wir uns ein paar Locations an. Hier im Jugendhaus erfahrt man mehr Informationen und Hinweise über den Fall der Esmeralda. Und weiter geht's. Im Verlauf des Spiels erfahrt man, dass die Stadtbibliothek ein neuer Standpunkt ist. Dort, wenn man die Bibliothekarin fragt über das App, bekommt man einige weitere Hinweise und Informationen, wo sich die vermisste Person Esmeralda befindet. Wie zum Beispiel ein Tagebuch oder ein Chatprotokoll. In diesem Spiel sind auch solche kleine Details wie der Brunnen vorhanden. Selbst da in der Stadtpolizei findet man weitere Hinweise über das Spiel. Soviel zum Spiel. Die meisten User interessiert es wohl noch, auf welchen Smartphones das Spiel überhaupt läuft. Wir wollen es für das erste Mal für iPhone und Android machen. Und wir wollen es dann gerne ausweiten, also noch für Windows Phone. Also ja, nur die drei Plattformen werden dann unterstützt. Doch wie sieht Zukunftsplan aus? Wir wollen wissen, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird. Also Zukunftsversion ist, dass man die Google-Brille, die im Jahr 2014 rauskommt, dass das App dann da drauf läuft. Dann sehe ich zum Beispiel die Person, virtuelle Personen real. Zum Beispiel sehe ich mit der Brille, wenn ich sie anhande, sehe ich virtuelle Personen wie vor mir. Also nur, wenn ich die Brille dann anhande, dass die App gestartet hat. Dann kann ich sozusagen der Vorteil wäre, im Gegensatz zum Smartphone. Da muss ich nicht das Smartphone immer so runterhalten. Wie uns Arthur erklärt hat, ist das Ziel, dass das Spiel spätestens 2014 mit sogenannten Reality-Glasses gespielt werden kann. Ob sich dann jeder Jugendliche in Winterthur kann so eine Brille leisten, ist fraglich. Aber die Idee ist auf jeden Fall revolutionär. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über die Entwicklung des ersten Virtual Reality-Game in Winterthur. Wir werden dich natürlich darüber informieren, wenn das App offiziell rauskommt. Ich sage Tschüss und du bleibst dran, denn jetzt kommt die Uferdition. Raubt Ihnen der Winter die Lebensgeister? Der neue Honda CR-V ist genau das richtige Mittel, um Ihre Abenteuerlust zu wecken. Geräumig, robust und überaus angenehm zu fahren. Ein echter Energieschub, der Sie dazu motiviert, neue Wege zu gehen. Nicht vergessen, den neuen Honda CR-V mit Zwei- oder Vierradantrieb gibt's ab sofort bei Ihrer Honda Garage Alfred Wegmann in Hegnau-Volketswil. Ab 29.900 Franken. Kommen Sie am 9. und 10. November an unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich selbst. Am Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Guten Tag allerseits, das ist der Jonsch und ihr schaut W-W-W-W-Video-Gang. Ciao zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu der Uferdition. In dieser Sendung haben wir das mal ein bisschen ein ernsteres Thema. Suizid. Wir haben Fakten und Informationen zusammengedreht zu dem nicht ganz einfachen Thema. Schau, Mami, so fühle ich mich jetzt, hat eine junge Frau gesagt, nachdem sie die Statue gemacht hat. Dass der Kopf dieser Statue nicht voller Verzweiflung gesenkt ist, hat Kraft gegeben. Ein bisschen später hat Miriam, die Tochter der Frau Zürcher, doch noch Suizid begangen. Ich sage immer, unsere Tochter hätte nicht sterben wollen, aber sie hätte so nicht weiterleben wollen. Der sellische Druck ist für sie einfach zu stark gewesen. Was ich ganz sicher weiss, dass sie nicht hätte wollen, dass wir jetzt einfach vom Rest von unserem Leben um sie trauern. Sie will einfach, dass sie... Sorry, dass wir sie... Sorry. Ich bin... ...bei unsere Pärze geholfen und nicht vergessen. Wenn man sich sehr einsam fühlt, wenn man in seinem Leben keinen Sinn mehr sieht und nirgends scheint Hilfe umzugehen, dann sehen manche Menschen noch eine Alternative. Im Jahr 2010 haben sich in der Schweiz insgesamt 121 junge Menschen im Alter von 0 bis 29 das Leben genommen. Im Vorjahr waren es noch 151. Zwar ist die Zahl in den letzten Jahren immer kleiner geworden, sie ist aber natürlich immer noch viel zu hoch. Eine mögliche Hilfe für Jugendliche mit Depressionen wäre Therapie. Herr Scherrer, Fachpsychologe für Psychotherapie und klinische Psychologie vom Institut ZEPT, hat tagtäglich mit Suizidpatienten zu tun und erzählt uns, wie es überhaupt so weit kommen kann, was man an selbsttötig denkt. Selbstmordgedanken können ausdrücken von einer Krise und jeder Mensch hatte wahrscheinlich schon mal eine Krise. Krisen treten auf, manchmal bei Lebensveränderungen, und das jugendliche Alter ist ja das Durchgangsstadium, wie wir alle, genau genau, immer in einem Durchgangsstadium sind, permanent. Also eine Krise kann eigentlich überall im Leben auftreten, vor allem aber, wenn es um so Überschreitungen von Grenzen geht, zum Beispiel eine Schule beenden, eine Lehre anfangen, oder ein bisschen abbrechen, wieder eine andere Ausbildung anfangen. Das sind alles so Durchgangsstadium, die oftmals auch mit Krisen begleitet sind. Und demzufolge kann es in Krisen, wenn man keine Lösung sieht, dann auch zu Gedanken führen von, was hat das Leben überhaupt für einen Sinn, soll ich dem Ganzen nicht ein Ende setzen, ich leide, ich sehe keine Lösung und so weiter. Eine Veränderung in der Gesellschaft bedeutet auch eine Veränderung von den sozialen Problemen eines Menschen. So hat auch Social Media Einfluss auf die Suizidgedanken von Jugendlichen genommen. Social Media kann natürlich die gegenseitige Unterstützung verstärken, indem man einander näher sein kann, indem man grosse Distanzen überwinden kann und so weiter oder permanent mit vielen Leuten in Kontakt sein, kann aber auch das Gegenteil verstärken. Also Social Media hat so viele Vorteile wie Nachteile. Und was mich schon sehr beschäftigt, ist jetzt so das ganze Cyberunwesen, dass man Jugendliche oder auch andere Menschen in den Suizid hineintreiben kann, indem man die Leute systematisch fertig macht. Das kann auch nicht nur Gleichaltrige betreffen, sondern zum Beispiel einen Lehrer, der unbeliebt ist oder vielleicht einen Arbeitsgeber oder wer auch immer. Und da denke ich schon, dann müsste man versuchen, irgendwo Ehrheit zu gebieten. Also kurz gesagt, Social Media ist halt eine Verstärkung, wie andere technische Sachen auch. Häufig suchen Hinterbliebene nach einem Schuldigen. Er kann höchstens ein Auslöser sein, aber er ist nicht schuldig. Weil, was da, das spielt sich im Suizident selber ab. Er trifft die Entscheidung am Schluss, seinem Leben ein End zu setzen. Und da kann man niemandem Schuld zuweisen. Das darf man nicht, auf keinen Fall. Nach dem Tod eines geliebten Menschen ist nichts mehr wie vorher. Ein neues Leben fängt an. Es ist passiert, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und wenn man sich dagegen streibt, dann bleibt man hängen, man kommt nicht weiter. Irgendwann kommt man zu dieser Erkenntnis, dass man nur weitergehen kann. Also ich spreche jetzt für mich, dass ich nur weitergehen kann, wenn ich lerne, das zu akzeptieren. Dank dem Akzeptieren und der guten Hilfe von Menschen, die für einen da sind, kann man dann wieder weiter seinen Weg gehen in diesem neuen Leben. Wir haben ja noch eine zweite Tochter. Und wir haben alles gesagt, sie hat auch ein Recht auf einen guten Einstieg ins Erwachsenenleben. Sie ist ja dort auch in der Pubertät gewesen. Und wir konnten nicht einfach aufgeben. Und ich glaube auch, unsere Tochter, Miriam, wollte nicht, dass wir aufgeben. Das wollte sie nicht. Und das hat uns jeden Tag in winzigen Schritten, winzige Schritte jeden Tag, die uns wieder zurückgebracht haben. Und die wir auch wieder gelangt haben, zu lachen. Wieder dürfen wir uns selber sein. Auch wieder schöne Sachen sehen können, wieder einen Sonnenuntergang oder einen schönen Strand geniessen können. Und natürlich ist dann die Miriam immer mit dabei. Leider ist Suizid immer noch ein Tabuthema. Wir wollten mit dem Bericht Gespräche anregen, dass wir mehr und auch offener über das Thema reden. Das wäre es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen ganzen schönen Abend und bis zu der nächsten Top Edition. Tschüss zusammen. Raubt Ihnen der Winter die Lebensgeister? Der neue Honda CR-V ist genau das richtige Mittel, um Ihre Abenteuerlust zu wecken. Geräumig, robust und überaus angenehm zu fahren. Ein echter Energieschub, der Sie dazu motiviert, neue Wege zu gehen. Nicht vergessen, den neuen Honda CR-V mit Zwei- oder Vierradantrieb gibt's ab sofort bei Ihrer Honda Garage Alfred Wegmann in Hegnau-Volketswil. Ab 29.900 Franken. Kommen Sie am 9. und 10. November an unsere Ausstellung und überzeugen Sie sich selbst. Am Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr.